Es gibt Leute, die haben eins und dann gibt es welche, die haben keins und dann gibt es welche, die dürfen eigentlich keins haben, haben dann aber doch eins. Diese Gruppe hat es besonders schwierig. Das Baby kann nichts dafür, das ist unschuldig. Mit der Schuld, da fängt das ja dann erst später. Ich bin Wolfgang, der Mann für die Sünde.